Hallo Herr Jarbo, wir sind von KSVSC ein Leben lang, Fanseite von KSVSC auf Facebook. Wir haben die Wahl zum Spieler des Spieltags eingeführt. Und zwar werden da die Fans immer in ihrer Meinung nach Besten Spieler wählen. Und die Fans haben Sie als Besten Spieler gewählt gegen Valencia. Glückwunsch! Vielen Dank! Hallo Herr Paltz, ich bin von der Seite KSVSC ein Leben lang auf Facebook. Das ist eine KSC-Seite und wir haben eingeführt, dass die Spieler ihren Spiel des Spieltags wählen können. Gegen den FSV Frankfurt wurden Sie als bester Spieler gewählt, wahrscheinlich auch wegen dem Tor. Sie waren ziemlich knapp vor Herrn van der Wietzen, aber Sie haben sich durchsetzen können und Glückwunsch! Alles klar, danke schön! Wir bedanken uns für die Wahl zu den Spielern des Spieltags und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit uns und hoffentlich auf weitere Siege! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!